Das ist hier Gröss. Am 24. Oktober 2012. Und Gröss liegt bei Oldenburg in Holstein. Was wir jetzt noch machen, könnten wir links rein fahren. Vielleicht tun wir das auch, und zwar jetzt. Ortsteig Gröss, Kreis aus Holstein. Hier kommt sonst keiner hin. Gut, dass wir das mal sehen. Wie sich das hier entwickelt hat in den letzten 50 Jahren. Guck mal, das ist schon älter, das Haus. 1899. Hat er auch schick gemacht hier. Guck mal. Der Rater, der Knabe, fährt links rein. Wir haben jetzt Zeit. Auf dem Verkehrsschild flieht ein kleines, schwarzes Kind vor einem großen, schwarzen Kind. In Gröss. Das Verkehrszeichen ist nicht so nett. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Hunde scheißen verboten. Extra ein Schild für angebracht. Und wir wollen jetzt auch bei dem Mühlenweg fahren. Wir müssen ja irgendwie wieder rauskommen. Hier muss ja eine Mühle sein. Gehe ich mal von aus. Hier. Hier. Da hinten ist auch eine Windmühle. Ja. Richtig. Wenigstens eine Windmühle. Da ist der. Mühlenberg. Mühlen ist schon weg. Das wäre es dann auch.